Was ist die Zahnrad- und Antriebstechnik? Hans Mora Group ist ein führendes Unternehmen in der Zahnrad- und Antriebstechnik. Wir produzieren sowohl Verzahnungskomponenten wie auch komplette Antriebssysteme, verarbeiten dabei die Materialien Metall und Kunststoff oder auch eine Kombination der beiden Materialien. Was uns besonders macht, wir produzieren nicht nur, wir entwickeln auch. Also wir begleiten den Kunden von der Spezifikation, von der ersten Idee bis zur fertigen Serienproduktion. Wir möchten mit unserem Personalentwicklungsprogramm den PEP, unsere Mitarbeitenden, entsprechend ihrer Stärken im Bereich Führung oder im Bereich Expertentum weiterentwickeln. Wir haben dazu die Talentschmiede für die jungen Potentialträger, die Führungskräfteschmiede für unsere Nachwuchsführungskräfte und die Expertenschmiede für unsere Nachwuchsexperten. Wir haben hier in Eisenbach auch unser Ausbildungszentrum. Dort bilden wir vor allem unsere technischen Auszubildenden an neuen Maschinen, Robotern aus und sind da sehr stolz drauf auch, dass wir in der Region hier unsere Nachwuchskräfte fördern und dann eben so auch weiterhin immer unseren eigenen Nachwuchs weiterentwickeln können. Was uns auszeichnet, ist, dass wir sämtliche qualitätsentscheidenden Bearbeitungsverfahren sowohl in der Metallbearbeitung wie auch im Kunststoffspritzguss bei uns in den eigenen Hallen beherbergen. Also für uns als Familienunternehmen mit einer Historie von 112 Jahren ist es sehr wichtig, dass wir eine entsprechende Arbeitsplatzsicherheit unseren Mitarbeitern bieten können. Das ist bei der Franz-Morath-Group auch das Schöne, dass wenn man vorangehen möchte, wenn man auch im Team zusammen Dinge vorantreiben möchte, dann hat man hier die Chance und kann auch sich weiterentwickeln. Das ist ein ganzes Grund, das ist ein ganzes Grund. Dann wird man hier die Situation seitens einer gewenktiven Halsung und einen großen Garantuan überne. Das ist ein ganzes Grund, das heißt, die Weise aufgelistetensicherheit unseren Mitarbeitern. das ist ein ganzes Grund und das ist ein ganzes Grund. Daher ist eine ganzes Grund, das ist ein ganzes Grund für eine Umgebung. Das ist ein ganzes Grund für die Hand librarian,